. Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir erwarten an jedem Moment die Zielankunft von Giro Familia. Da sind sie schon dicht aufeinander und noch überraschend frisch. Und Jenny hat gewonnen! Bravo Jenny! Ja, kein Wunder in diesen leichten und bequemen T-Shirts. Dem originellen Damamodell gibt das Talie Elast eine besondere Note. Und es ist in drei modischen Farben erhältlich. Giorgio hier trägt ein schönes herren T-Shirts mit einer praktischen Brusttasche und einem modischen Kragen ebenfalls bei Coop in drei modischen Farben erhältlich. Und die Kinder, unsere Superstars hier tragen besonders pflegeleichte T-Shirts mit farbenfrohen und lustigen Sujets auf der Brust. Die glatten T-Shirts für die ganze Familie gibt es jetzt zum Sommerpreis. In Ihrem Coop-Center oder im Coop-Warenhaus. So, jetzt haben Sie aber eine Erfrischung verdient. Für unsere Siegerin Jenny, für den Roman, für die Marlies und für den Giorgio. Die Goldstar-Glasse-Lutscher sind in diesen 10er-Packungen speziell günstig. Und jetzt ist der Preis gerade nochmal runter. Dann bei Coop läuft jetzt eine Grossaktion mit vier ausgesuchten Goldstar-Rahmglasse-Spezialitäten zu so kleinen Preisen, dass sich ein grosser Vorrat erst recht lohnt. Da gibt es zum Beispiel besonders günstig die feinen Goldstar-Vanille- oder Erdbeer-Rahmglassen in diesen praktischen Vorratsdosen. Und ein weiterer Vorteil ist der, man kann die Dose aus dem Tiefkühler nehmen und sofort anfangen mit zu servieren. Das Glasse lässt sich nämlich bis minus 20 Grad leicht portionieren. So sparen Sie Kraft und die Kugeln werden leicht und schön. Sie sehen, bei Coop gibt es wieder interessante Sommerangebote. So, und jetzt geben wir noch zurück ins Goop-Center. Und danke Ihnen fürs Zuschauen. Guten Abend miteinander. Die T-Shirts, die wir Ihnen gerade gezeigt haben, gibt es jetzt besonders günstig. Das Damen-T-Shirt für nur 9,90. Das Herren-T-Shirt für nur 15,90. Und für Kinder zwischen 3,90 und 4,90. Und bis zum nächsten Zischstück. Ein Päckchen Werli-Biscuit, Chocop di Boer nur 1,80. Zwei Päckchen Arnie Biscuit Teatime nur 2,50. 250 Gramm Casa Bohnenkaffee nur 2,50. Und 225 Gramm Espresso nur 2,40. Und als aktueller Preisschlager Hereslip zwei Stück für nur 5 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. 4 Kilo Persil nur 11,90. 1 Kilo Enka nur 3,80. Profitieren Sie von diesen Angeboten morgen in Ihrem Coopladen. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.